Okay, es geht weiter. Boah, ich dachte für einen kurzen Moment, ich hab einen Bug gefunden, aber... Nein, es war kein Bug, es war ein Fehler meines Emulators. Oh, scheiße. Okay, hmm. Geh ich erstmal hier hin. Okay, ich töte erstmal die Schlampe. Die macht mir mehr Sorgen als die anderen beiden da. Die töte ich sowieso ganz schnell. Komm. Sage ich hier. Stirb. Gut. Ja, es kommt keiner. Komm, du auch. Jetzt einfach töten. Sage ich hier. Und töten. Du kriegst dafür ordentliche Erfahrungspunkte, das ist gut. Giftarmband. Okay, soll ich mal raten? Mach ich hier im Mund gegen Gift. Kann ich vielleicht später gebrauchen, wenn ich gegen einen Giftmonster kämpfe? Kann mir mehr her und so. Ich benutze das jetzt einfach mal, weil die ja gleich ihr Level abbekommen und... Ach du, scheiße, der hat überlebt. Aber der nicht. Was, Däune? Willst du mich verarschen? Ey, das ist der große Beschiss. Ey, stirb. Ey, willst du mich verarschen? Endlich. Okay, hoch. Ähm. Hä? Musst du das jetzt verstehen? Aber wie komme ich jetzt hoch? Körlin, bist du jetzt irgendwie zu dämlich, um sie zu treffen? Oder was ist los mit dir? Okay. Ach, komm. Tod. Und... Tod. Ja, mach mich zornig. Und tot. Jetzt kriegen wir mal Level ab. Also, wie Krillin... So und so und so und so. Hey, wie zum Geier soll ich runtergehen? Gibt's da ein Mittel oder so? Oder bin ich einfach hier zu dem, um das zu finden? Warte mal, wie komme ich weiter? What? Stirb. Willst du mich verarschen, du kleiner... Fenix, Feder, komm, leb wieder. Das braucht sich für eine kurze Zeit jetzt. Okay, der ist tot. Aber der stirbt auch, oder? Der Hund! Oh, Tension anleckt mich, Mann. Oh, Mann. Ach, Scheiße, Mann. Die Gegner sind etwas zu stark hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Warte, gibt's da einen Weg, oder so? Oder bin ich gerade etwas zu dämlich, um diesen Weg zu finden? Oh, nein, Mann. Okay. Dreifachstrahl und Destruktor... Hey, wie komme ich da weiter? Heftiger Angriff und Angriff. Hey, wie komme ich da jetzt weiter? Ich verstehe es jetzt nicht. Gibt's da einen Weg da runter, oder so? Dreifachstrahl und Kammermher. Es muss doch einen Weg geben. Es kann... Es kann nicht sein, dass er jetzt... Dass ich jetzt nicht weiterkomme. Hallo? Dreiecki. Entschuldigung. Aber wenn man husten muss, muss man einfach husten. Man kann nichts dagegen machen. Und so. Danke. Hä? Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin jetzt verwirrt. Hm. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Oh, Digga, Mann. Okay. Spiel mit... Spiel wird's mich verarschen? Ach so. Ich bin so... Ey, das hat man gar nicht gesehen. Ehrlich jetzt, Leute. Man sieht... Man sieht das gar nicht. Also wirklich. Man sieht es echt nicht. Es ist ein Stein. Es kann sein, dass jetzt eigentlich jemand reinkommt. Deswegen halte ich jetzt mal die Tür zu. Ja, verstärk dich. Das ist mir egal. Jetzt tötet ich dich. Oder Acrylin tötet dich, genau gesagt. Ey, das ist so gut getan. Das ist... Nicht mehr normal. Oh nein. Mehr vom Angriff und... Rengeki. Mehr vom Angriff. Ey, jetzt muss er aber sterben. Stirb. Ja, er ist tot. Mehr vom Angriff und... Angriff. Stirb. Warte. Ja, Tenchnal tötet ihn. Okay, das geht ja. Pauso-Stein. Okay. Seine Kapseln. Pauso. Ah, das Gauter. Was kann das Gauter denn? Zeigt Feinddaten im Kampf. Ey, das will ich haben. Das ist mir jetzt egal. Okay, jetzt... Ah. Ah. Ah, Pauso-Stein. Okay, ich brauche einen Speicherpunkt. Renn. Renn. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Hm. Warte mal, ich habe da eine Idee. Ach, komm. Ich benutze es einfach. Ich habe keine... Ich habe keine... Warte mal. Oh, ich habe so viele TP-Punkte. Oha. Oder? Keiner kann diesen Sonnenschein imitieren. Dunkelheit und großer Schaden allen Gegnern. Ah, wieso habe ich das nicht davor gesehen? Okay, das haben wir jetzt auch. Ach ja, was ich machen wollte, ist... Das hier. Okay, das haben wir jetzt jetzt gemacht. Notiz Drachenfelsen, Heimat von Monster in Boston. Eindringen und Schatzjagen sind nicht empfehlenswert. Äh, Dreifachstrahl. Wie viele haben die denn? Ich will mal sehen. Wie viele haben die denn? Zeig doch mal, Scouta. Stand das da gerade? Oder habe ich das... Heftiger Angriff und Angriff. Ey, wird es mich jetzt ver... Digga, Mann, du rickst mich auf. So, so. Äh, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich habe genug Karotten. Dafür brauche ich was anderes. Wie geht es beim Start? Giftkarte. Äh, Fluchtsweg. Hm. Reiskocher machen wir einfach. Hm, Reiskocher. Okay, soll ich jetzt den Weg gehen? Das mit den Drachen. Okay, da sieht... Die Musik hört sich schon anders an. Was? What? Abhauen. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Verdammte Scheiße. Ey, Mädchen. Ey, Mädchen, wenn du ihn jetzt angre... Ich fick dein Leben. Ich schwör auf alles. Ich fick dein Leben. Wie soll ich jetzt ihn wiederbeleben? Verdammte Scheiße. Nochmal. Eine Felix wieder. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Und dann habe ich genug trainiert. Und ich hole noch ein paar Sachen, die ich jetzt brauche. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.